Oh, ist noch viel zu früh, Leute. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Wie soll ich mich vorstellen? Stehe ich denn hier richtig? Ich sehe gar keine Markierung. Achso, vorstellen, vorstellen. Achso, das habe ich jetzt falsch verstanden. Na gut. Sehe ich denn gut aus? Guck mal, so. Sagst du Bescheid? Na gut. Action? Hast du gerade Action gesagt? Na gut, na gut, bis auf. Ich kann das, ich kann das, bis auf. Hallo da draußen, hier ist eure Wolli und willkommen zu Wollis Welt. Ich bin neu hier und ich bin Moderatorin. Ich bin ein freischaffendes Schaf und ich laufe so durch die Welt und überall, wo ich was Spannendes oder was Aufregendes entdecke, da halte ich die Kamera drauf und dann erzähle ich ein bisschen was dazu. Ist ganz einfach. Jedes Schaf kann sowas. Sogar ich. Ihr werdet schon sehen. Wir sehen uns bald. Bis dann.